Servus, Autofreunde! Viele Grüße aus Malkoi! Ja, wieder sind wir unterwegs. Auch wenn das Wetter sagt, nö, heute ist es nicht gut. Egal, machen wir trotzdem, schön Wetter kann jeder. Heute sind wir unterwegs im Zipfelsbacher Wasserfall, mal wieder. Irgendwie haben wir es mit den Wasserfällen und Peschen. Geht auch nicht, aber Moment, guckt mal was auf euch zukommt. Fängt ja schon richtig schön an, ne? Und klar bin ich nicht allein, da haben wir noch einen, warte mal. So, guten Tag! Alöchen! Alöchen, Alöchen! Die ganz klein, die hat halt keine Lust. Guckt schon so bis, fällt auch gar nicht. Dafür auch die Meier, umso mehr Lust. Ja, gucken wir mal was uns so erwartet. Das ist jetzt eher was Spontanes. Weil langsam winkt ja schon wieder der Abschied, gell? Ja. Scheiße! Naja, schauen wir mal. Aber was erwartet uns natürlich? Ja, wie soll es anders sein? Treppe und Nuff! Ist ja klar! Ja! Okay! Okay! So, Deli! Hochgequiert werden wir uns halber. Aber, Highlight kommt gerade! Moment! Sehr gut! Ja, irgendwo with. Ich war denn fertig! Sehr gut ein bisschenIEL, absolut darüber. Schön, das ist sicher touristisch federal. Ich habe das, was vermengt. So, sag challenges ist es ja auch Quartier der zurück. so halber weg sind wir oben, quälerei schon wieder, aber jetzt könnt ihr auch mal sehen was verwetter das mal hin, aber es lohnt sich schon wieder total wie man hört vom ort noch nicht wirklich weit weg, aber es war schon wieder steil in diesem sinne weiter geht's, dann gucken ob ich das gleiche stelle finde wo man eigentlich mal was essen kann wie immer unser problem scheinbar wird es doch noch ganz schön interessant schauen wir mal es geht so weiter ok also jetzt sind wir eigentlich auf halber höhe doch steiler wie ich gedacht habe aber ja geht, geht schon, aber wenn sich das nicht gelohnt hat, aber guckt es halt was ja 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 und wer sitzt darüber schon wieder, na klar Ja, wir haben wohl ein paar Hunger. In diesem Sinne, war wohl schon geil. Jetzt haben wir mal noch ganz genug gekommen, aber jetzt essen wir erstmal was. So, gestern haben wir. Besseren Platz hat es nicht gegeben. Na gut, fast gestern haben wir, sehe ich gerade da hinten. Einen besseren Platz hat es nicht gegeben, wie denn. Aber Moment, habe ich euch ja schon gezeigt. Vorhin waren wir hier, noch ein bisschen spazieren. Die Bilder dazu schicke ich jetzt hier neu und zwar jetzt. Das war's. 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 So, eigentlich kommen wir noch ganz so hoch, aber wir haben ein bisschen zu kurz geparkt bzw. bezahlt für das Park. Ja, aber wir haben halt auch gedacht, wir können nicht so viel machen, weil es sich total zuzieht und es ist ja schlechtes Wetter bis sogar extremes U-Wetter auch gesagt, aber halt erst ab morgen, aber das macht sich halt jetzt langsam immer mehr zu. Von daher, ihr wisst ja selbst vor sich, in der Alpe sollte man vielleicht schon gucken, was man macht, gerade was das Wetter betrifft. Ganz schnell geht's, ich zeig's euch mal. Da hängt man dann da oben drin und zieht sich so zu und das war's dann. Das ist dann der Grund, warum der Heli hier tausendmal rumfliegt. Die Leute sich dann abholen lassen, weil sie nicht weiter gucken. Von daher, das machen wir natürlich nicht. Gut, könnte natürlich noch interessant sein, aber nicht ein Grund mehr für nächstes Jahr. In diesem Sinne, ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch trotzdem gefallen. Wie immer wisst ihr ihr Bescheid. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat, weil runterfilme ich jetzt nicht auch noch einmal. Das ist Quatsch, ne? Ähm, jo, wenn ihr noch kein Abo da gelesen habt, ne? Das typische bliblablub, wie immer. Du hast uns doch mal ein Abo da, das freut uns ohne Ende und es bringt uns weiter. Wisst ihr ja, es ist kostenlos und es bringt uns weiter. Jo, kleinen Moment. Da haben wir noch, Eni. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, guck, ob sie jetzt lustig mit ihr Mettbrötchen. Ciao, ciao. Ja, natürlich. Okay, in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, geht raus, erlebt die Natur. Das ist schöner wie Fenster gucken. Jo, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Bis zum nächsten Mal, wenn es ist, bald 12 Uhr an der Tour. Halt! Ah ja, noch sind wir ein paar Tag da, aber morgen wird nicht viel passieren. Schauen wir mal. Jo, ciao.